Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben eine Geschichte geschrieben. Die erste europäische Nation, die in Südamerika etwas erreicht hat. Lob nochmal an das ganze Team. Wir haben hart gearbeitet und letztendlich haben wir unseren Traum erfüllt. Wir sind einfach Weltmeister, die Besten und Lob nochmal an die Mannschaft. Es war ein langer Weg hier in Brasilien mit einem Spiel gegen Algeria. Sehr schwierig. Wir wussten nicht nur in Algerien, sondern auch in anderen Nationen. Das haben wir auch gewusst gegen Algerien und Argentinien heute. Wir haben ein super Turnier geleistet. Wir haben als Mannschaft unser Spiel gemacht. Wir wussten, dass wir Weltmeister werden können. Wir wussten, dass wir eine Geschichte schreiben können. Das haben wir gemacht. Danke, Mesut.